herzlich willkommen zu einem neuen video mit broker finmax und heute wieder mit meinem kleinkonto ich habe am ersten tag mit 1021 euro angefangen inzwischen bin ich nach 21 tagen bei 320 5 euro und 31 cent heute folgt tag 22 ich beginne wieder mit 40 euro 100 und so weiter als nächstes habe ich einen blick in den wirtschaftskalender aktuell sind keine news ich handle 60 sekunden zwei minuten als nächstes suche ich mir einen passenden trade im metatrader 5 nach meinen einstiegskriterien unter berücksichtigung der tagesnews wer die anderen videos noch nicht gesehen hat findet diese in den playlists so 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 Euro out, sieht ganz gut aus, der Kurs müsste allerdings noch etwas steigen, ich steige ein, gleich nochmal und noch ein drittes Mal, sieben Minuten wollte ich eigentlich nicht rein, das war mein Fehler. Das sollte nicht passieren, dass man falschen Zeitrahmen einstellt. Ich gehe nochmal mit 625 Euro rein, diesmal eine Minute. Sollte ich diesen letzten Trade gewinnen, bin ich schon im Gewinn. Sollte ich den Kurs, die Kurs, die Kurs, die Kurs, die Kurs. Sollte ich den Kurs, die Kurs, die Kurs, die Kurs, die Kurs. Perfekt, den ersten Trade habe ich gewonnen. Also habe ich jetzt aktuell schon einen fetten Gewinn. Theoretisch müsste ich jetzt die letzten drei Trades nicht mehr gewinnen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Noch eine Minute. Sieht aktuell sehr gut aus. Perfekt. Alle Trades gewonnen. Deutlich gewonnen. Das entspricht einem Gewinn von 755 Euro. Bis zum nächsten Mal. Adios. Adios.